Ja, komm Bowser, Alter. Du hast es überhaupt nicht verdient. Ist klar, Alter. Karma. Jetzt wäre ich fast noch Dritter geworden. Ey, so eine Scheiße. So, meine Freunde, ich begrüße euch zum nächsten Video. Wir sind wieder am Stizzle und zocken jetzt die nächsten beiden Maps von Mario Kart 64. Was ist das? Mushroom Cup? Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ähm, wir zocken mit Yoshi und wir sind in der 50 Kubikklasse. Weil ich erstmal ein bisschen reinkommen muss ins Game. Immerhin habe ich mal einen Powerstart hingekriegt. Also ich habe das Game irgendwie noch nie bewusst trainiert oder halt mal längerfristig gezockt. Aber jetzt habe ich echt richtig Bock drauf. Deswegen bin ich noch ein bisschen am Rumprobieren. Wenn ihr irgendwelche Shortcuts habt, die ich benutzen sollte, könnte auf der normalen Strecke, ohne jetzt hier irgendwie großartig Arschaufriss zu machen. Oder mega über die ganze Map zu glitschen. Dann immer her damit mit den Vorschlägen und auch fahrerische Tipps und sowas nämlich gerne entgegen. Ah, sieht ja erstmal nicht verkehrt aus, was ich hier mache, ne? Ich glaube, hier gibt es doch so einen Trick, wenn man, ähm, aufschlägt hinten, dass man, da kann man auch so ein Bouncen. Ich gucke mal, ob ich den Moment erwische. Wenn ich jetzt hier aufschlage... Ach, war nur ein kleiner Bouncer. Dann springt er richtig hoch und weit. Ah, guck es dir an. Shit. Ah, kacke. Ich wollte ihn eigentlich direkt vor die Füße setzen. Ah, schon wieder vorbeigeschossen, Alter. Ich bin doch ein Kack-Noob. Aber man kann so ein bisschen, wenn man nochmal hochhüpft, nochmal so ein bisschen die Richtung korrigieren. So, dass man nicht von der Fahrbahn abkommt. Ah, genau, in die Banane gehüpft. Scheiße. Ah, nein, Alter. Ich habe direkt zwei Verfolger. Wusste ich gar nicht. Aber die fahren auch echt nicht so schnell davon, ne? Ah, nix, Alter. Nix zu holen gewesen hier. Bei den Kollegen. Nein! Oh, Gott sei Dank, Alter. Wurde von der Banane allerdings ausgebremst. Ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Man muss oben an der Rampe hochspringen. Und wenn man aufkommt, auch. Aber die Kurve, Alter, die habe ich... Die kann ich echt nicht leiden, ne? Haha. Wario hat sich auf seine eigene Banane schlafen gelegt. Kann auch noch die Ansicht ein bisschen anpassen. Oh, das ist auf jeden Fall richtig... Ach, Kacke. Jetzt hat er nicht ganz funktioniert, der Drift. Sehr nice. Alter, ich werde da jetzt zum richtigen Drift-Profi. Der Wahnsinn. Ah, jetzt war ich schon fast zu gierig gewesen. Werde ich nämlich fast ausgebrochen... Werde mir die Karre fast ausgebrochen gerade. Ist mir scheißegal, ob da eine Banane ist. So, ich werde mal versuchen, nochmal zu hüpfen. Jawohl! Und jetzt geht's nochmal, Alter. Plomp. Ach, fuck. Oh, mir tut schon ein bisschen der Daumen weh. Oder das Handgelenk hier vom... Krampfhaften Halten des Controllers. Ja, komm, Bowser, Alter. Du hast es überhaupt nicht verdient. Ja, ist klar, Alter. Karma. Jetzt wäre ich fast noch Dritter geworden. So eine Scheiße. Meine Fresse. Äh. Äh. So. Na gut. Wir sind trotzdem noch Erster, denke ich. 24 Punkte. Aber ich muss mich ein bisschen ranhalten, ne? Wenn ich jetzt verkacke, im Bowser's Castle, dann war's das gewesen, Mann. Dann krieg ich richtig auf die Fresse. Äh. War zwar kein Turbo-Start, aber auch schon ziemlich schneller. Ah, nein, wie konnte denn das passieren? Scheiße. Aber immerhin habe ich Donkey Kong erwischt. Man kann auch nur hier nur auf den Teppich fahren. Ah, ist echt scheiße. Die, die sind wirklich random. Komplett random. Also. Oh, da hat einer einen Stern. Meine. Oh, er kann ihn wegschießen? Das wusste ich auch noch nicht. Oh, nein. Was mache ich? Gott sei Dank ist das, fällt hier so eng zusammen. Na. Ah. So, hüpfe. Ich brauche jetzt unbedingt die Power-Ups hier. Wenn ich nur eine Chance haben will. Oh, sehr gut. Mal sehen, wenn ich jetzt erwische. Hä, wo sind die denn auf einmal? Nochmal einen Donkey Kong erwischt. Ach, scheiße. Wollte so gerne noch Prinzessin Peach erwischen. Die sind nämlich auf dem ersten gerade. Ah, das kann mir eigentlich nicht so großartig gefährlich werden. Na. Immerhin hat es mich nicht gedreht. Weil die hat, glaube ich, nämlich nicht ansatzweise so viele Punkte wie alle anderen, die hinter mir waren. Ja, ich werde langsam besser im Driften hier. Shit! Komm schon, Alter. Nicht vierter hier. Achso, ich habe noch eine Runde. Ist noch eine ganze Runde offen. Wenn man nochmal hoch hüpft, da kann man die Kurve nämlich enger ziehen. Selbst beim Driften. So, in etwa. Kickbert! Ich weiß immer nicht, was die sagt. Was sagt ihr denn da für eine Scheiße? Die sehen jede Runde anders aus. Also, wenn da keiner rüberfährt. Alter! Man kann eigentlich komplett... auf der Strecke bleiben, ne? Ich komme ja hier immer richtig ab davon. Aber wenn man richtig hüpft... ...dann schafft man das eigentlich immer dran zu bleiben. Und das Ding hätte ich mir wahrscheinlich aufbewahren sollen. Aber die anderen driften nicht, oder? Driften die auch. Komm schon, gib mir einen roten... Ha! Wie geil! Das war's, Mann. Das war's. Richtig geil. Richtig geil. Ich glaube, wir haben den ganzen Grand Prix gewonnen. Dann mache ich noch die anderen. Und dann... ...können wir mal versuchen... ...in die 100 Kubikklasse aufzusteigen, ey. Wie viele Punkte hat er? 33. Mr. Peach hat einen Punkt gehabt. Und die war auf dem ersten die Handzeit. Star Cup war das übrigens. Ah! So, Siegerehrung. Ich lasse mich feiern, du. Alter, als kleines Kind kam mir das immer so lange vor. Was Sie hier mit der Siegerehrung machen. Mal so, Alter, komm schon. Alter, ich wollte keinen Cup fertig spielen... ...weil ich dann immer die Siegerehrung machen musste... ...und nicht fahren durfte. ...völlig bescheuert eigentlich. Aber so war's. So ist es, meine Freunde. Genauso und nicht anders. Erster. Im Star Cup. Ah, ich hab Bock noch, die Map mit der Autobahn zu spielen. Sehr nice. Es dauert ja auch lange, oder? Mal ehrlich. Das dauert mir ein bisschen zu lange hier. Mit euch. Ich bin erster. You are awarded the Gold Cup. Sehr geil. So, okay. Das war's für dieses Video, meine Freunde. Danke fürs Einschalten. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt Mario Kart und Amstars, macht ihr einen auf Retro. Haut rein. Das war's für ein bisschen. Vielen Dank.